because maybe trade maybe forgotten world and plus 0 is not so good maybe it will be plus 15 i don't know yeah donation goal plus 15 ist hart ist verdammt hart ihr wisst gar nicht wie hart was ich schon ausgegeben habe für plus 14 mein schild und meine meine sport das das wollte nicht wissen was haben wir den plus vor go plus 5 später natürlich die hier gibt mir jetzt später mache ich auch wieder giveaways da gehen mehr mehr giveaways weg als ihr mir donatet so war es schon immer aber das macht mir nichts weil als streamer muss man sowas schon mal riskieren und hingeben ihr wisst was ich mein alles 100 prozent nee ja blues ja blues sind ja normal dass die 100 prozent sind aber meine stats habe ich auch ewig gebraucht ich habe wirklich mein ganzes set auf 80 prozent geschafft ich habe einfach den bord gestartet ich habe einfach den bord gestartet ein item zwei drei stunden oder sowas hat echt lange gedauert hat echt lange gedauert nur für ein ein paar quasi nur ein scheiß dings wir brauchen wie flammer noch 95 hat man nicht viel können wir kaufen ich kann max kochen nach nur 50 es war auf jeden fall sehr 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 scheiße schwer bleibe ich denn jetzt wie lange ich auf dem server schon bin gutes halbes jahr ne halbes jahr bin ich schon auf dem server aber ich muss zugeben es ist doch ein bisschen schwieriger hier sonst zu bekommen finde ich gut finde ich gut man kann es in drei verschiedenen möglichkeiten bekommen entweder durch mobs ab auch und sonst bekommen mobs vergotten wort man kann sogar mehr sagen wir mal so mobs und nix magic pop und man kann die kaufen dass ich quasi vier sachen und kann die kaufen aber dafür braucht man wieder dafür braucht man wieder gold coins plus drei ich bin immer noch baff mit diesen lucky lucky power hätte ich jetzt nicht gewusst wie alt ist der server ich weiß nicht halb Jahre aber es ist ein langfristiger server nicht so leicht zu bekommen nicht so leicht zu bekommen nicht so leicht zu bekommen ja stones ja stones ist okay in one day i find enough stones in one day i find enough stones come make it a game plus seven it was cool eh but not fail fail is never cool die preise sind okay hier mit gold und so weiter ich glaub so zwischen dreieinhalb bis fünf bill in the seal of moon in the seal of sun musst du schon in der waffe 50 bill blättern ich hätte schon wieder lust aufs ziel code dann lade es dir runter frage es nur ob auf dem server oder anderen mir ist es egal ich spiele auf dem server weil er mir wirklich gut gefällt lade es euch runter ihr könnt es immer wieder testen aber nicht vergessen wir brauchen 150 aktive spieler quasi auf der website ist so eine max player online im moment sind wir gerade bei 109 wir brauchen aber 150 damit wir zwei silks pro stunde wieder bekommen es war damals so dann hat er es geändert damit quasi ein bisschen mehr motivation kommen damit auch ein bisschen mehr spieler wieder reinkommen damit wir wieder zwei silks pro stunde bekommen weil 1 6 pro stunde ist zwar schon spendabel ja aber ist besser natürlich besser so plus 5 go plus 6 and plus 7 go 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 plus 7 fuck yeah oh Forgotten world waren wir noch nicht nee I won't go forgotten world in a yeah if I make my devils build plus 8 we can start Contabier Contabier nice Contabier ich würd dich gerne in die gilde einladen but I need clean my guide for inactive active guide members and I think tomorrow I invite new player or make a new guide go to another guide make globals I don't know we need more strong guides so fuck yeah try plus 8 what you say so yeah I think I won't try plus 8 on devil spirit on the fucking devil spirit that's great yeah it's great Stotzi ja leck ich mich doch am Arsch scheiß die Wand dann is it denn kommst du mich auch mal wieder besuchen ne stäm dich ich glaub das ist mein dritter Stream dieses Jahr oder zweiter Stream ne dritter Stream du warst nicht einmal dabei hey Alexis hat sich echt gut gemacht ja ich weiß du stehst auf Chinesen nur auf Chinesen okay äh okay let's try make devil spirit plus 8 ha fuck yeah fuck yeah 28% increase what you think guys plus 9 ooh ho 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 a� yaaay 2 plus 9? What you say? 2 plus 9 Ah, last plus 8? Ich weiß nicht Plus 10 ist maximal It will fail Okay, I will stay on plus 8 Jetzt habe ich zu viele gekauft, wo soll ich denn jetzt damit hin? Die kann man auch nicht stacken oder sowas Oder verkaufen Was ist, wenn ich die verkaufen will? So, was gibt er mir? 0 Gold Of course Gib mir welche Kosten 10 Silks Knallhart Ich glaube, die kannst du auch nicht traden Let's try to trade Warte mal Ich brauche gar nicht Wenn ich die hier nicht verkaufen kann No I can't give it to you Sorry I can't give it to you Fuck I can't sell it I can't make Fucked up Not tradable You can see players on the right side info I think info Or server I don't know Yeah, I will Yeah, fuck yeah That is That is now 3 plus 9 I don't know At the moment The server have I don't know The moment The server have 108 players It's okay Kommt der Stotzi hier rein Schreibt nur Hi Der spielt gar nicht mehr Und geht bestimmt wieder Der soll sich echt mal ein Schäme Wieso spielst du eigentlich nicht mehr? Hä? Stotzi Was ist los? Ja, ich habe Borg The Seal of Sunblade I need to make it first I try it first Make 2 plus 10 Yeah, I have Want to sell Seal of Moon Light armor Shoulder Armor chest Armor chest That is my Hm Lass mal eben probieren Hatte Okay, Haze Haze Not tradable Yeah, it stays on the website Not tradable And this year Not tradable Okay Sorry, sorry Not tradable You try Fail it Aber da müsst ihr ja Gut aufpassen Das heißt Es ist wirklich Auf Account Gebunden Auf diese Cancer Community Was ist denn Cancer Community? Cancer Community Ah fuck off I go try plus 9 I go try plus 9 Yes Yes Karma Willkommen back I try my fucking Devil's Pill plus 9 Yes I try it I try it I try it But Plus 8 How much is it? 20.000 47 Without Out Woah It's much 10.000 More MP And 4.000 More It's much Fuck off I try plus Oh Oh fuck Maybe after stream After stream Stream finish I try plus 9 If it goes plus 9 I try plus 10 Of course Okay Wo packe ich die Scheiße Denn jetzt hin Hier Warte mal Das muss ich noch Ausziehen So Dann passt noch Einer hier rein Dann packen wir Den Rest noch Hier rein Passt Post Yeah Nice Anzug So So tut der Server. Ja. Krieg dich doch. Ich sag's immer wieder. Verpisst euch doch, wenn's euch der Server nicht gefällt. Oder geht aus meinem Channel, wenn euch der Channel nicht gefällt. Ganz ehrlich, ihr kommt hier rein. Äh, scheiße, äh. Weil, äh, weißt du, ich könnte dich auch kicken. Hätte ich mehr. Ganz ehrlich. Oh, weißt du was? Puh. Ähm, ja, Benutzersperren, ja. Hab ich Ruhe. Spendenaktion. Willkommen. Wenn ja, dann komm ich mit 50 Bots. Echtgeld verkaufen? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es gar nicht. Ich denk mal, also bis jetzt hat sich noch keiner so beschwert. Wär, wär mal nice, oder? Hör mal vor, ich will mir alle verkaufen. Ruby Online? Nee. Ich komm auf keinen anderen Server. Tut mir leid, Leute, aber... So. Traden oder Forgotten World? Hätte Lust auf Forgotten World. Sollen wir Forgotten World machen? Ist Wubi bloß, äh, China, oder? Europäer. Europäer. Was ist gut? Ja. Jingle. Ja. Wirят. Ja. Ja. Vielen Dank.